Seitenlayouts erweitern. Gleiche Abstände zwischen Objekten. Inhalte wirken besser, wenn sie etwas Abstand zueinander haben. Oft genügt ein Rahmen oder Farbrand, dann schafft der Hintergrund zusätzlich Kontrast, aber manchmal möchte man Objekte auch mit gleichmäßigem Abstand zueinander ausrichten. Das klappt sehr einfach mit den Anordnungswerkzeugen der CW PhotoWelt Software. Übrigens gibt es ja dafür schon ein Video hier im Kanal. Ich blende dir gleich mal den Link dazu oben ein. Heute möchte ich euch einen anderen Trick zeigen, mit dem man Inhalte ausrichten kann, wenn ein bestehendes Layout verwendet wird. Das Seitenlayout mit je fünf Fotos je Seite habe ich auf der linken Seite eingefügt. Nun sollen weitere Fotos hinzukommen, natürlich mit den gleichen Abständen. Dazu verwendest du einen kleinen Trick. Bau dir kleine Abstandshalter. Diese Abstandshalter kannst du dann immer wieder verwenden. Klick auf neues Foto, denn leere Platzhalter wird eingefügt und gleich in den Zwischenraum eingesetzt und angepasst. Aktiviere aber zuerst nach dem Einfügen die magnetischen Hilfslinien im Bereich Anordnen rechts oben. Nun verkleinerst du den neuen Platzhalter und schiebst ihn in den Zwischenraum. Zoome dazu den Arbeitsbereich etwas. Jetzt kannst du dir ganz einfach die genaue Größe einstellen. Die Hilfslinien helfen dir dabei. Mit zwei Abstandshaltern arbeitet es sich schneller. Klick dazu einfach noch mal auf neues Foto. Nächster Abstandshalter ist da. Benötigst du noch mehr? Einfach immer wieder neues Foto anklicken und einfügen. Ich verwende meist einen waagerecht und einen senkrecht. Jetzt kannst du die Platzhalter anlegen und dein Layout beliebig erweitern. Das wiederholst du immer, wenn das Layout erweitert werden soll. Am Ende hat dann alles den gleichen Abstand. Das gilt übrigens auch für eingefügte Texte und Cliparts. Diese Abstandshalter müssen ebenfalls nicht gelöscht werden, da sie leer sind. Damit werden sie auch nicht gedruckt. Ein Tipp zum Schluss. Speichere das Layout. Damit kannst du es immer wieder verwenden. Im Bereich Anordnen, Layout-Sonderfunktionen auswählen und Layout speichern.